Wir haben sechs Fondue-Geräte mehrere Tage lang getestet und wenn Sie sich für bestimmte Modelle interessieren, sollten Sie wissen, dass wir deren Links am Ende dieses Videos aufgeführt haben. Top 3 Severin Faux 2T470 Während unserer Tests hat sich dieses Gerät als besonders effizient erwiesen. Unser Fondue Bourguignon war in nur neun Minuten fertig. Als wir den Thermostat auf die höchste Stufe stellten, heizte sich das Gerät auf und wir maßen eine Höchsttemperatur von 176 Grad Cäsius. Allerdings finden wir es schade, dass der Deckel, der das spritzende Öl abhält, nicht schwerer ist. Er neigte dazu, sich zu bewegen, wenn wir unsere Spieße aufsetzten oder abnahmen. Auch das Savoyer Fondue war schnell zubereitet, in nur 5 Minuten und 30 Sekunden für 300 Gramm Käse. Für diese Art von Fondue empfehlen wir Ihnen, den Thermostat nicht über die Hälfte zu drehen, da der Käse auf diese Weise bereits 70 Grad Cäsius hat. Das Gerät wird mit acht Spießen geliefert, deren Enden im Gegensatz zu den üblichen Spießen leicht gebogen sind. Kleines Bedauern. Wir fanden das 1,40 Meter lange Kabel etwas zu kurz, um wirklich praktisch zu sein. Schließlich sind das Kakelant, sein Deckel und die Spieße spülmaschinenfest. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Topf nach einem Käse Fondue sofort von Hand zu reinigen, da er in unseren Tests nicht perfekt gewaschen aus der Maschine kam. Top 2 Russell Hobbs Fiesta Dieses für maximal sechs Personen gedachte Torn 200 Watt Fondue Gerät hat einen 1,2 Liter Topf aus Edelstahl. Es kann in der Spülmaschine gereinigt werden, aber während unserer Tests wurden die Reste des Käse Fondues über diese Methode nicht vollständig gereinigt. Wir waren uns zunächst nicht sicher, ob dieses Modell sicher ist, da der Boden etwas breiter ist als der Durchmesser des Topfes. Außerdem erschien uns der Spritzschutzdeckel klein. Bei der Verwendung stellte jedoch keines dieser Elemente ein Problem dar. Das zu kurze Netzkabel führt jedoch zu einem Punktabzug bei der Praktikabilität. Da es nur 82 Zentimeter misst, ist ein Verlängerungskabel erforderlich. Bei der Zubereitung eines Fondue Bourguignon war das Öl nach 20 Minuten bereit, um Fleisch aufzunehmen. Das Gerät erhitzte sich während des gesamten Essens weiterhin richtig und gleichmäßig, ohne dass es zu Spritzern kam. Beim Savoyischen Fondue stellten wir fest, dass es besser war, den Thermostat auf halbe Leistung zu stellen, um zu vermeiden, dass der Käse kochte. Diese Art von Fondue war in 8 Minuten für einen Tisch mit drei Personen fertig. Konkret ist dies nicht das leistungsstärkste oder schnellste Fondue-Gerät auf dem Markt, aber es funktioniert sehr gut. Außerdem ist es von guter Qualität. Top 1. Princess Pure Obwohl dieses 1,5 Liter Gerät nicht spülmaschinenfest ist, haben wir es als das praktischste der von uns getesteten Geräte beurteilt. Denn es verfügt über eine Antihaftbeschichtung, die die Pflege erleichtert, und ein langes Kabel von 2 Metern Länge. Außerdem ist sein Thermostat in mehrere Viertel unterteilt, die die ideale Temperatur für jede Art von Fondue symbolisieren. Während unserer Tests saß der Deckel gut und verhinderte, dass Ölspritze aus dem Kakellon spritzten. Auch das originelle Design des Geräts hat uns sehr gut gefallen. Außerdem fanden wir, dass das Modell sehr einfach zu bedienen ist und eine gute Materialqualität besitzt. Andererseits sollten Sie wissen, dass die 8 Meißel mit 3 Spitzen die Beschichtung des Kakellons leicht zerkratzen. Sie sollten daher mit Vorsicht verwendet werden. Das Fondue Savoyard war in nur 6 Minuten fertig. Wir stellten auch fest, dass der restliche Käse lange lief, da der Thermostat das Aufheizen automatisch wieder startete, wenn die Temperatur sank. Beim Fondue Bourguignonne haben wir nach 13 Minuten eine Höchsttemperatur von 195 Grad Cäsius gemessen. Es war uns bereits nach nur 9 Minuten möglich, mit dem Garen von Fleisch zu beginnen, was eine gute Leistung ist. Fazit. Mit seinem in Viertel unterteilten Thermostat für jede Art von Fondue ist dies das praktischste Gerät unter allen, die wir getestet haben. Damit ist unsere Auswahl der besten Fondue-Geräte abgeschlossen. Zur Erinnerung, am Ende dieses Videos finden Sie die Links zu allen Produkten, die wir erwähnt haben. Und wenn Ihnen diese Art von Inhalt gefällt, zögern Sie nicht, ihn zu abonnieren.